Moin! Schon wieder bald Weihnachten. Erster Advent liegt gerade hinter uns. Die Städte sind voll, die Weihnachtsmärkte sind voll. Es ist einfach wahnsinnig viel los. Allein dieses ganze Musikgedüdel und die ganzen Lichter. Und andererseits, ich mag es dann eigentlich auch ganz gerne. Ich mag diesen Duft von Glühwein und Lebkuchen. Ich mag es, wenn ich die Lichter sehe. Und ich merke, dass es mir manchmal tatsächlich auch gelingt, inmitten dieses adventlichen Trubels um uns rum, mich zu besinnen auf das, worum es eigentlich geht. Gott kündigt sich an, um zu uns Menschen auf die Welt zu kommen. Gut zugegeben, das hört man auf den Weihnachtsmärkten und in den Kaufhäusern gar nicht so sehr. Aber probiert es mal aus. Nehmt euch doch vielleicht einfach mal ein paar Minuten Zeit, eine Kerze und hört auf das, was in dieser ganzen weihnachtlichen Geschäftigkeit auch liegt. Nämlich Ruhe, Besinnung, Gott und ich. Ich wünsche euch eine gute, eine gesegnete und eine immer wieder auch besinnliche Adventszeit. Tschüss.